Hallo und willkommen zurück zu Remember Me. Ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen, weil ich hab ne Weile nicht mehr gespielt. Ah! Ach man, ich war so gut. Ist jetzt eigentlich allem ausgewichen. Ah! Ah! Und ich wollte ja erst die Helmis. Aua! Ah! Alter, ah! Also kannst du ja nirgendwo anhalten kurz. So, dann musst du ja immer gleich weiter. Was? Uff! Ja, guck dir das an, Alter! Was der mit einem Schlag bei mir anrichtet. Ah! Ja, könnt ihr jetzt einfach sagen, dann lass dich nicht einmal schlagen. Aber das ist wesentlich... Au! Leichter gesagt als... Ach, getan. Ah! Ah! Oh, ey! Genau in seine Arme ersprungen, Alter! Ja, ja, ich weiß. Ach, sei still. So, ah, aber ich wollte jetzt mal was ausprobieren. Und zwar, wenn ich jetzt das mache... Und dann... Au! Und dann zu ihm hingehe und auch noch das mache. Kann ich den dann überlasten? Nein, das geht nicht. Scheiße. Okay, ich bin eh gleich tot. Das macht nichts. Ich werde jetzt auch nicht mich groß anstrengen. Ich bin gleich tot. Und dementsprechend werde ich da jetzt nicht mehr weiß was probieren. Ich wollte einmal gucken, ob das funktioniert. Das funktioniert aber nicht. Also bleibe ich bei meiner Strategie erst Helmys ausschalten. Da ist zum Beispiel einer. Und da ist der andere. Ja, ja, ist okay, ist okay. So. Ah! Weg. Das ist kein... Aua! Helmi. Also es sind drei. Okay. Weg. 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 Also gerade klappt es eigentlich ganz gut mit dem Ausweichen. Ah! So, okay. Ein Helmys weg. Ei! Also, damit ihr versteht, warum ich die Helmys wegmache. Weil, wenn ich dann das Sensen-Ding anmache, will ich quasi... Aua! Will ich quasi nicht von denen angegriffen werden, sondern in Ruhe... Ah! Ah! Ach, warte. Sondern... Aua! Sondern halt in Ruhe... Auf die... Großen... Aua! Aua! Man! Es ist so ätzend! Okay. Ah! Noch einer. Nur noch einer. Au! Scheiße. Okay, 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 okay. Und jetzt? Das Dingens? Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Okay. So, und jetzt müsste ich mich erst einmal heilen. Na... Oh, heiliges Kanonenrohr. Wie soll ich das denn noch reißen? Du darfst dich wirklich nicht einmal quasi treffen lassen. Nicht einmal. Also, es ist... Boah! So, hüpfen, hüpfen, hüpfen. Bis ich... So, weg, weg. Ja, dachte ich mir schon. Aber... Ah! Ah! Scheiße, scheiße, scheiße. Weg, 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 weg. Klappt bis jetzt eigentlich ganz gut. Weg! Okay, hier. Oh, nicht jetzt! Nicht jetzt! Jetzt ist ganz schlecht. Jetzt spiele ich gerade. Ich glaube, ich weiß noch, wer es ist. Ah! Scheiße! Gerade nicht. Ich nehme auf. Ich rufe gleich zurück. Okay, dann weiß ich nicht, wer es ist. Weg! 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 Das will, Leute. Okay, also, das Dost-Dingens ist gleich mal wieder fertig. Okay, was heißt gleich? In einer Minute. Das heißt, ich renne jetzt noch eine Minute rum und versuche, mich zu heilen. Na, herzliches Beileid. Weg! So ist gut. So ist gut. Das hat toll funktioniert. Das hat super funktioniert. Ah! Was ist das nicht so? Weg! Scheiße! Scheiße, es war so gut. Aua! Weißt du, wenn du aber dann auch einmal drinnen bist, dann wirst du auch, weiß ich nicht, dauert erwischt, habe ich das Gefühl. Da! Okay, okay. Noch... Aua! Zehn Sekunden, wollte ich sagen. Alter! Verarschst du mich gerade? So, aber... Nein! Nein! Ich wollte gerade das dann machen! Also, ein Scheiß. Alter, Schwede. Ich würde kosten. Na gut, Helmys sind wahrscheinlich auf dieser Seite. Ah! Ja, genau, Alter! Fick dich doch! Es ist so ätzend. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist so nervig. Es ist wirklich so ätzend. Und ich sollte eigentlich jetzt schon mal anfangen, mich zu heilen. Ah! Genau deswegen. Da! Ja, genau, weil du hast nicht mal die Chance auszuweichen, weil er sich direkt in deinen Weg teleportiert. So viele Haken kannst du gar nicht schlagen! Das geht nicht! Ja, ich weiß. Andere Leute haben es auch geschafft. Aber ich nicht. Ach, geh weg! Weg! Mistvieh, Alter! Ihr Drecksmistvieh hier. Obwohl, jetzt kann ich einmal sterben. Jetzt mal ehrlich. Weil... Das war nichts. Das war nichts. Das machen wir nochmal. Ja, ja, hab ich verstanden. So, Helmi. So. Weg. Weg. Weg! So. Immer weiter weg. Ich... Ah! Ja! Ey! Weißt du, du springst da gerade hin. Kommt der auch schon an? Das ist echt nicht in Ordnung, finde ich. Au! Ja! Weißt du, das ist... Du hast nicht mal eine Chance! Weg! Oh, ey! Langsam hab ich echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Langsam ist das echt ätzend einfach nur. Weg! Vor allem, es sind ja auch noch zwei von den Viechern, weißt? Es ist ja nicht mal, dass es nur einer ist. Es sind ja auch noch... Aua! Gleich zwei. Ja! Das ist... Ganz ehrlich, du darfst dich ja nicht mal irgendwie durch den Raum bewegen. Nein, du musst instant... Eigentlich darfst du nur durch den Raum hüpfen. Weil ansonsten... Äh... Ja. Du wirst ja eh gleich. Wo bist du? Da bist du. Okay, jetzt könnte ich eigentlich... Nein, ich hab erst eins. Okay. Also, ich dreh noch ein paar Kreise durch den Raum. Mach noch ein bisschen... Ah! So? Weg! Du könnt mich noch ein bisschen heilen. Weg! Scheiße. Naja, ich hüpfe ja schon. Ich hüpfe ja schon. Ah! Alter, ihr Mistviecher. Ich hätte erst hinrennen sollen. Scheiße. Wo hüpfst du denn gerade rum? Ich wollte nur, dass du ihn haust. Es bringt mir nichts, wenn du beide haust, Sweetie. Weg! Boah! Das war jetzt echt scheiße, dass sie einfach beide gehauen hat. Wah! Ich versuche eigentlich, mich zu heilen, aber es klappt überhaupt nicht. Okay. Okay. Ah! 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 Jetzt kommen noch mehr, wa? Welche mit Eimer? Äh, Helm, meine ich? Ja, einer mit Helm. Ja! Fick dich, Alter! Scheiße. Okay. Ah! Wenigstens ein bisschen. Weg! Scheiße! Ey, ganz ehrlich, wie soll ich das denn machen? Mann! Ich bin zu kurz. Es ist so für den Arsch. Vor allem, dann läuft es eine Weile gut und dann instant hast du das Vieh wieder an der Backe. Au! Weg! Ah! Gut, dass ich zum Angriff angesetzt habe. Weg! Ist der bald mal down! Weg! Aua! Na gut, okay. Also, wenn mich so ein Kleiner erwischt, ist es ja nicht so schlimm. Aber. Können jetzt das DOS einsetzen? Weg! So. Ich hätte mir jetzt nur merken müssen, welchen ich gehauen habe. Den gelben? Ich weiß nicht. Weg! 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 Oh, scheiße, Alter. Das war so gut. Was blöde ist, ich muss mich jetzt natürlich wieder auf meine... Ah! Kombos einstellen, damit ich wieder Heilung bekomme. Das ist... Das klappt, aber... Ah! Überhaupt nicht. Weil mir dann immer dieser Fritze... ...in die Quere kommt. Und ich... Ich mag diese Ecke hier nicht. Weg! Okay, wenigstens einmal geheilt. Aber es bringt mir zwar nicht so viel wie dieses. Ah! Scheiße. Aber es ist halt... Na, wenn es sich gerade anbietet, echt gut. Warte! Warte! Warte!